Willkommen zurück, meine Freunde. Mr. LLP hier am Start, zusammen mit Sirix, und heute spielen wir das Spiel Battleblock Theater. Danke. Den Modus gegen die Zeit, und zwar Solo. Und ich beginne. In diesem Modus muss man gegen seinen Freund spielen. Komm, geh da rein. Bitte. Danke. Ja, und also jetzt nicht wundern, normalerweise würde man jetzt Marvin Ghost, also Marvin Ghost entweder habe ich oder er Internetprobleme, und deswegen funktioniert es nicht mehr so flüssig. Äh, was redest du? Ja, bei mir jetzt. Man zieht dich nämlich nicht. Ich bin jetzt nochmal beim Spawn. Ja, das war bei mir vor auch. Deine von uns beinahe. Hä? Ist der behindert? Ja, komm, ja, jetzt Behinderung. Wie geht es hier, was du weißt? Es funktioniert nicht. Es ist so dermaßen gemein, weil ich weiß jetzt nicht, wie, also eigentlich schon. Weil, was wieder weg ist, weil wir haben vorgetestet, wie es ist. Ja, also das ist jetzt schon unsere zweite Aufnahme. Ja, Aufnahme, aber die dritte Runde, die wir spielen. Ja, weil die vorige Aufnahme, die ging einfach mal abgebrochen und das Internet von uns beiden hausart verlassen, angeblich hat er von ja, genau von wem. Deswegen funktioniert er nichts mehr. Ja. Nebenbei, wenn euch das Video gefällt, dann gebt bitte einen Like. Das würde mich persönlich sehr freuen und ich bin dem Ziel. Na, ich kann nicht spectäten, aber wahrscheinlich liegt es an dir. Deine Taktik, Alter. Scheiße, eigentlich kommt er vor mir. Komm schon, links, rechts, rechts, geschneller. Yes, das hat die Zeit gekostet. Komm, ich will gewinnen. Aber diesmal kann es knapp werden, ich glaube. Nein. Willst du schon wieder sowas von gewinnen? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, es wird ziemlich knapp. Okay, jetzt ist es. Verkackst du einfach immer mit diesen verdammten Wookie-Dingern. Schau sie dir einfach an. Ich darf nicht stehen bleiben. Hast du eigentlich vor, irgendwann noch gesehen, was bei mir war? Nichts. Okay, ja, dann hast du. Das fände ich eigentlich auch besser, wenn der andere so eine Art Blackscreen oder sowas hätte. Super ist das, Marvin. Ja, oder irgendeine andere Ansicht, aber nicht siehst, wo der Spieler ist. Oder irgendeine Animation oder sowas. Ich finde die Musik eigentlich ganz cool. Ein bisschen. Cool. Nicht wundern bei mir, ich habe eigene Musik laufen. Echt? Ich lasse die vom Spiel. Ey, und jetzt kam noch eine Meldung hinein. Ja, von Steam. Von Origin. Jetzt kann ich nicht kosten. Ja, so soll es mir alles aussehen. Nicht wundern, ich habe Skill und ja. Du hast einfach immer so Maß bei mir. Ich bleibe hängen, mich schmeißen wieder. Ja, ich bin halt EZ. Wenn ich, 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 ich. Die Zeile schon noch auszugehen. Nein, du! Ja, er hat es verkackt. Das ist gut. Scheiße, Mann. Kann ich mir auch mal einen Fehler erlauben. Das ist easy. Das würde ich nicht sagen. Nein, nein, nein. Ich habe verschissen. Ja, ja, ja. So, schön hier. Nee. Ja, zurück. Nochmal, nochmal zurück. Nein. Yes, yes, yes. Jetzt macht er den Rush. 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 Jetzt mach ich den Rush, nee. Okay, du bist bei vier Minuten gewesen. Okay. Vier Minuten ist nicht so schlecht. Es ist noch möglich. Ja, diesmal hast du es auch geschafft. Liese. Das ist nämlich lang. Keine. Ja, genau. 15 Sekunden hast du noch. Uh. 42, 42. Nein. Scheiße. Nein. Wieso funktioniert der Rushpunkt also nicht mehr? Alter, das wäre so krass, wenn wir jetzt einen Gleichstand hätten. Nee. Haben wir nicht. Aus, die Hand. Das Spiel hat doch was gegen mich. Ja, um sieben Minuten, um sieben Minuten, um sieben Sekunden, um sieben Sekunden, um sieben Sekunden. Mann, meine Maus, warum geht die immer rüber? Ja. Ah, sechs Sekunden. Sechs Sekunden sogar noch. Ah, kackt alles. So. Und das dritte Level. Ja. 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 Hä? Warum kann ich nicht hüpfen? Shit. Hä? Verschießen. So was von verschießen. Gewinnen. So, jetzt muss ich richtig aufholen. So was von verschießen. Ich weiß nicht, so was von verschießen, ohne Spaß. Fuck, man. So. Oh, das hat er gut gemacht. Oh nein. Nein. Oh, 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 oh. Jetzt hat er... Wir dreißeln. Oh nein. Huch Yes, 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 yes Yes, dieser Blast einfach vor mir. Ja glaubst du was ist mir vor passiert Scheiße, scheiße, scheiße 32, 21 Ja Komm, 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 bleib irgendwo hängen, bleib irgendwo hängen Shit, shit, shit Bitte, ja, 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 ja Komm, verkack, verkack Mach Fehler Oh Mann Ja Uuh, 8 Sekunden Yes! Nein! Lerdig! Oh je je je! Ja, ist ja lustig! Was machst du? Weh ihn doch rum? Ja, loil! Ich glaub der untere Weg ist schneller. Nein, ich hab das jetzt mit Absicht gemacht, damit die Zuschauer aussehen, dass es auch andere Wege im Leben gibt. Nicht nur den einen, den schweren, sondern auch die anderen, den komplizierten, zum Nachdenken. Klar. Natürlich. Ja, ja, klar. Ja, natürlich. Wegen dir ist mein Video sowas von länger. Okay, ich geh mal kurz in den Shop. Ja. Machen wir das so. Jede Folge 3. Und... Warte, ich möchte einfach welchen? Dener? 3. Ich... Ich kann mir keinen kaufen. Ich hätte sogar 15. Ah, ich kann mir welchen kaufen. Geil! Hässlich. Den hab ich schon. Hässlich. Bauer der mit dem Massaker-Ding ist richtig geil. Hä, willst du gar nicht noch einen lösen? Wie kann ich mich hier in die Luft holen? Ah, so. Schönes Ende. Gut, ich hoffe euch hat der Part gefallen. Jo. Äh, wenn ja, gebt dann einen... Warte, warte, warte. 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 Wenn ja, dann gebt einen Daumen nach oben. Äh, schreibt was in die Kommentare und schaut ihnen... Äh, schaut bei, äh, Timo vorbei. Kanal ist in der Beschreibung. Ja, und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Äh, ich sterb hier nochmal schön. Und ja, wir sehen uns dann das nächste Mal. Euer Mr. RP. Und tschö. Und Sierwix. Tschau. Yeah. Ja. 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 Ja.